auch von mir willkommen zu der folge von rainbow six siege mal wieder nicht alleine wie immer mit dabei ist der marcel hallo und ja wenn das so läuft wie vorhin ist alles gut so ist es erstmal alle muten hier kann man sich ja nicht anhören ja ja genau gleich tötet er mich ich sehe das auch schon kommen ach wir sind hier unten wieder verbinde verstärken bei frostmattensitzen so jetzt holen wir uns mal ebenso eine matter passt du schon eine rüstung ja ja aber ich habe keine ahnung wo ich hin soll alter ich will eine matte hinlegen das ist die neue egal wollt ihr mich denn verarschen lasst ja die wand zu ja 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 Vielen Dank. Wie ich diese Typen hasse. Hast du die Tür, dann habe ich hier, da wo Maverick war. Nee. Alles klar. Ja. Ja. Ich halte drauf. Ja. Oder so. Ein Gegner verbleibt. Laden auf! Sein Face. Schön. Ich glaube, das wird wieder so eine killlose Runde hier für mich. Ja. 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 Ah, schon wieder gleicher Raum hier. Ja. Aber ließ sich ja gut verteidigen. Ja. Das stimmt. Ach, warum macht der da eine Wand hin, wenn ich's doch hier mache? No! 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 технолог geeignet Ich hab noch eine Wand, ich weiß nur nicht wohin. jetzt soll keiner reinlaufen aber ich hab noch ne Wand da behalte ich die Wand wo ist dieses Scheißradio ja das ist glaube ich so ne Musikbox so ne wie heißen die Dinger so ne Tune? Tunebox? ja ja genau wir machen es denen aber auch einfach indem wir einfach kleine Türen zumachen machen sie auch sowieso kaputt ja gut das stimmt auch wieder ich geh mal nach vorne ach da rennst du jetzt hin Maverick? oder? ja hat hier ne Loch in der Wand geschnitten ich halt drauf aber ich glaube das war nur Ablenkung zack nächsten Kill wenn noch einer sterben eigentlich müsste ich ja dem Maverick dankbar sein dafür oh oh kurz rum sehr schön ja nice ist klar immer mit deiner scheiß Matte egal zwei Kills hab ich gemacht schön äh Tankstelle? ja so jetzt nicht nachlassen ne aber ich glaube wir machen das 3-0 wäre nice ja ich muss sagen das hat ja jetzt eigentlich relativ gut funktioniert mit den Teammates hier außer vielleicht so 2-3 Punkte aber man soll ja auch nicht nur meckern ich hab mich gewundert ich hatte die Frosttreppe genau ans Fuß in der Treppe gelegt also so dass man sie eigentlich sehen hätte wollen ja 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 weil das Problem ist die meisten die laufen einfach oder gucken immer nur durch ihr Fernrohr oder Zielfernrohr und dann achten die auch sowas nicht sondern laufen einfach deswegen setz ich auch ganz auf da wo ich hier hin wo sie offensichtlich sind soll wo geht's denn hier eigentlich rein da Erdgeschoss Garn und Mute Same spot sogar ich hasse mir gut na gut na gut komm da lang warte ich komm mit dem mit warte ich mach ein Loch rein ich seh Fußspuren warte Kapkan dann ist hier definitiv eine Falle hab ich Kapkan ist ungefähr genau auf 12 Uhr ich geh rechts rum ich geh rechts rum ja der kann Kapkan fallen was von wo oh lol wo den hab ich ja gar nicht gesehen ja Kapkan ja auch nicht willst du auch schon ja ja den hab ich gar nicht gesehen ich hab nach rechts geguckt und der war links schade 3 gegen 3 hm sehr erhält ich glaube er hat Fuse hat vergessen zu zünden left Kapkan jing left Kapkan wow jing left Kapkan wow wow ey das kann doch nicht jetzt wahr sein oder das war's mit dem 3-0 das war's ich sag's ihr noch ne ich sag mal die gehen einfach rein scheißegal sind bestimmt alles für Call of Duty Spiele auch ich geh wieder Tankstelle ach ja oder sollen wir woanders wo nicht alle hingehen oh lol ja bleiben wir jetzt hier ist jetzt eh egal 1. OG ja Kapkan Jut Ja ich komm auch die Treppe hier nicht hoch ach er hat meine Drohne ja das ist ja ein geiles Bild Marcel wie hast du das denn hingekriegt mach ich dir ne du bist ja ein richtiger Künstler gehen wir da rein wie gerade oder ich würde über Garage reingehen na gut warte ich komm mit jo Alter lass mal Blitzworgung ja ich wollte erstmal nur nach Fußspuren gucken aber ging nicht Warte, ich hab Spuren. Und zwar von Bandit. Ah, die haben da bestimmt... Alter, was rennst du auch da hin? Gibt's noch einen anderen Eingang? Was ist der denn da rechts? Da kommt man doch nicht raus. Hä? Was? Oh, er liegt... Bandit. Alles klar. Bandit ist ganz... Wo bist'n du? Ja, ganz links in der Ecke. Hinterm... Ja, da... Irgendwo ist er. Nix zum Werfen, bitte. Ja, schön. 3-1. Nice. Drei Kills. Kann man mit zufrieden sein. Und... Wieder ein Sieg. Perfekt, Leute. Willst du erst was sagen? Dankeschön. Das hat definitiv Spaß gemacht. Genau. Wir bedanken uns vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann auch schon wieder in der nächsten Folge. Genau. Tschüss.